Wie ihr seht, ich muss ein wenig anhocken, es gibt und tschau. Die Schnittung? Das sieht schon geil aus. Ich habe extreme Ruinen. Aber, gebt nicht auf. Gell? Fangt einfach an. Oh, ausgebucht. Herzlich willkommen. An der Bildschirm, Marco. Hallo mit der Hand. Wir haben heute ganz etwas Spezielles für euch. Es haben viele immer gesagt, machte mal einen tschau, machte mal einen tschau. Jetzt haben wir ein geiles Projekt und zwar ein Hürlima tschau. Hürlima Brauberei Zürich. Und? Die sehen sie jetzt gerade. Tada! Rot-Weiss, ich weiss es nicht, die einen kennen es. Da. Genau, um diese Brauberei geht es. Also wir haben schon sehr, sehr viel Zeit investiert in das Ganze. Ihr seht, Gabla ist montiert. Diverse Anbauteile sind dran. Heute geht es darum, wir bauen den tschau komplett zusammen. Und das Ziel ist, dass wir heute noch fahren. Marco hat den Motor bereits gemacht, schon vorab. Also da ist alles ready. Hinten dran, das Getriebe im Hinterrad usw. Also wir haben Kosten an dem Ding. Aber das ist ganz klar original. Also der wird seine 30 laufen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gerade. Ja, sicher. Du als alter Tschau-Fan. Ich habe meiner Frau den Tuch maxi end gemacht. Weisst du? So quasi, ich wollte einen Tuch. Und sie hat gesagt, ach Schatz, du willst doch auch mal einen Tuch. Genau. Dann habe ich den gemacht. Und die hat irgendwie viel Kompression gehabt. Und meine Frau hat den nicht angebracht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich baue einen Tschau. Also auch mit 100 Kilo. Du hättest aber zuerst nicht zu sagen. Nein, nein, ja, ja. Immer zuerst möitern. Oder wenn ihr eine Tschau-Ente zu Hause, die läuft wie eine Scheisse, vorbeibringen. Marco regelt das. Dann machen wir ein Daily Tuning. Ja, genau. Das machen wir mal. Ja. Ein Daily Tschau-Tuning. Ja, so wie wir es beim Bruch gemacht haben. Der Claude hat uns da aus seiner privaten Sammlung ein paar Sachen gebracht, die wir verbauen können. Und das hat uns sehr gut gefallen. Jetzt da ist ganz wichtig, grüner Locktide. Ich sehe, das kommt da vorne hin. Jetzt müssen wir schauen, dass das schön gerade ist. So, das ist doch sehr schön, oder? Schau mal du, das passt. Uh, knapp, oder? Dann das Schutzblech. Am Tschau muss man schrauben, du. Der Tag ist gekommen, oder? Plötzlich steht da noch ein Tschau. Der Quote-Tschau nennt man das. Der Quote-Tschau? Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt es. Sattelfedern. Ja, das ist immer so ein Zeug. Immer mit den Federn. Das ist wie mit den vorderen Federn. Entweder du bist der Zweite. Oder sonst musst du mit Kabelbinder-Federn vorspannen. Also das ist immer ein wenig ein Murks. So. Und dann federn das so. Wichtig ist halt hier unten dran. Ich weiss nicht mehr, was man sieht. Da hinten dran, da hat es noch ein Gummi. Das wenn man dann federn, dass es nicht Blech auf Blech ist. Und der Gummi, der ist wichtig, dass der da unten drin ist. Und dann tut man das so einfahren. Und da hinten drin haben wir eine Achse. Und da seht ihr zwei Gummihülse. Also beziehungsweise Kunststoffhülse. Und das muss beweglich sein. Und die Achse muss ein bisschen länger sein, dass wenn man da anzieht, dass das beweglich bleibt. Weil das ist eigentlich dann Sattelfederung. Bequem sind es wirklich die Huredinger. So für in der Stadt oder so ist das natürlich ein super Hütti. Ein bisschen wie auf einem Wüller. Der Cyril hat den Bobby. Und am Cyril haben wir eine Sattelhalterung gebaut. Mit der Ciao-Federung quasi. Weisst du, das gleiche Prinzip, oder? Und der ist sehr fein. Also das ist richtig bequem. Wir haben also auch schon etwas abgeschaut am Ciao. Soviel da dazu. Ich Hure Nuss. Das hätte dann auch schon wieder die erste Schraubennüte. Oder die Federn. Mhhh. Sollen wir ihn aufstellen? Ja, gerne. Ehrlich gesagt. Das wäre mir jetzt auch lieber. In diesem Moment. So, jetzt muss ich diese haben. Weisst du, dass wir das mal hochhängen können. Und ich da. Ja, genau. Schnittig? Schnittig. Dann müssen wir das Kabel sicher einziehen, bevor wir dann schon das Rennstück haben. Die haben hier sogar einen Kabelkanal im Schutzblech. Ja, ja, ja. Jetzt musst du nicht zu fest blöffen. Das ist gut. Da auch schön vorbereitet. Immer Masse und Strom. Weil? Das Ding ist ja Pulverbeschichtet. Bei den Pulverbeschichteten Sachen ist einfach so, das ist immer schwierig mit der Masse. Weil eigentlich sollte es ja hier Masse geben. Aber ich sehe selber, sogar im Gewinde hat es Farbe. Und dann ist immer das Problem, wenn du das Töftchen laufen lässt. Hättest du gerne Licht, aber es funktioniert nicht. Und dann liegt es nicht an dem Plus, sondern an dem Minus. Jetzt, schau, jetzt läuft es du. Jetzt musst du ein bisschen Schmizze hin. Ja, ja. Ja gut, das kannst du jetzt aber vergessen, dass ich das mit dem Schlauch da durchbringe. Unmöglich. So. Das darf ja relativ satt sein da. Gut, da haben wir ein bisschen Luft. Kabelführung, muss ich sagen, ist wirklich eine saubere Sache. Gell, gell? Jetzt mal wär's auch noch Fan da. Mal schauen. Ist geil, oder? Jetzt können wir das Beste zeigen, ein Rädchen. Oh ja. Trommelwirbel. Ta-ta-ra. Die guten alten Schieberädchen. Ja, das war ein weiser Moden, hier in der Acht zu gehen. So Schieberädchen hinzu. Voll Gas. Aber die waren natürlich nur Kunststoffe und sind hier überall eingegangen. Wir wollten ja möglichst original. Genau. Und natürlich die Qualität par excellence. Haben wir da natürlich ein Soblech gelasert. Danke vielmals Salzgeber. Einmal mehr. Diese Seite ist eine Scheibe. Und wir wollten bewusst, dass man das natürlich noch sieht. Und diese Seite ist ebenfalls einfach eine Scheibe. Dann, dass man natürlich noch Luftpumpen kann, ist da das Abgewinklte. Und ich finde es echt eine sehr gelungene Sache, muss ich sagen. Also ich habe eine scheisse Freude. Die drei angedeuteten Fässchen, die hier liegen, ist ein weisser Kreis. Also das. Dann haben wir eine dünne rote Linie rundherum. Also hier. Felgen. Und dann wieder ein bisschen im breiteren weissen. Perfekt. Weiss, was man braucht. Gut. Ja. Porno. Es sieht schon geil aus. Ich finde es geil. Nein. Hätte ich nie. Wenn man das vor fünf Jahren gesagt hätte. Hey. Ciao mit Scheibenrädchen. Hätte ich gesagt. Was bist du für eine? Aber. Das macht es aus. Das ist genau das gewisse Etwas. Ja. Ich finde es gickrig. Ich finde es wirklich gickrig. Muss ich also sagen. Ein Ciao mit drei mit Scheibenrädchen du. Aber mal super. Schreibt gerne mal eins. Wir würden euch wirklich Wunder nehmen. Was haltet ihr von dem? Ist das etwas, das ihr auch würdet montieren? Oder sagt ihr nein. Die alte Stille finde ich geiler. Mit der kompletten Geschichte. Also mit dem kompletten Scheibenrad. Schreibt doch das einmal. Ohne rein. Ja. Ja. Ausgemessen. Das ist bombastisch. Das ist es. Also wenn man da mal schaut. Und die sind wirklich, die sind also fix. So haben wir die Antiluft. Also man könnte da noch andere drauf machen. Ein bisschen schlichtere. Machen wir ziemlich sicher. Weil die braucht es nicht. In Zürich hat es überall Tankstellen. Mit der Druckluft für das Auto. So. Ja, es ist hell. Soll ich irgendwie am besten nicht anlangen? Ja, es ist noch bis die Schraube mal ein bisschen gefasst hat. Ja, das passt schon. Dann kann ich anziehen. Ja. Ja. Ja, stabil ist es eigentlich schon. Stimmt alles schön. Merkst du, wie ich anfange zu schwärmen? Weisst du was? Was? Ja. Ja. Können wir dann schon den Motor rühren? Ja, bald. Vielleicht noch den Lenker zuerst? Ja. Soll ich das ein bisschen heben hier. Ja. Zottel drauf. Test hocken. Zottel? Du hast eine gute Durchschnittshöche. Ja, danke vielmals. Der ist eh ganz unten. Ja, ja. So. Ja. Ja. Ist das nicht herzig, das Motorrad? Das ist eine tolle Sache. Weisst du? Du denkst, so simpel und so einfach aufgebaut und läuft einfach. Uh, gut. Sind wir da immer in einem Reklamefilter? Ciao. Piaccio, oder? So. Oh, 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 oh. Eben. Jetzt bin ich gespannt, wie schön, dass du den Motor hier reinbringst. Äh, das ist der Teil, den wir nicht filmen. Weil das hat mir mal einer gesagt, das ist ganz einfach. Du musst nur da so. Und ja, das ist theoretisch ja klar. So. Und jetzt mal den. Durch runter. Oh, 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 oh. So. Das ist eine simple Sache. Einwandfrei. So, dann mache ich nachher mal Pause und du kannst erklären, wie du die Kuppen montierst. Das ist schon verrückt. Merkt ihr das langsam? Das letzte Mal mit dem Kriegel im Keller unten an der Bierkiste geschweisst. Er hat geschweisst, ich habe ihn genervt. Und das geht weiter. Du hast dann auch schon überlegt, das für Kabelzeug, das würdest du machen. Weisse. Weisse? Ja, schwarze kann man auch. Die Dings sind auch schwarze, die Stromkabel eigentlich. Weisse hat es genug, finde ich fast. Jetzt machen wir noch die Kupplung her. Dann montiere ich mal den Vergaser. Bei der Kupplung aufpassen. Am Anfang habe ich immer gemeint, der kommt so drauf. Machst du die Kupplung? Ja, schau. Und der geht ja wunderbar hier rein. Nein, ist eben nicht so. Ist umgekehrt. Weil das Ding ist für das. Weil ihr seht, wenn ihr es verkehrt macht. Dann habt ihr hier einen Sägerring. Und dann ist die Kupplung nicht gerade drauf. Und dann vermurkst du es. So. Jetzt ist es prompt noch falsch drauf. Ja, das war auch wieder gut. Das Lager ist von Werk aus schon vorgefettet. Aber ich nehme die Hülse schnell raus. Und zusätzlich noch etwas mehr fette. Dass es sicher super geschmiert ist. So, jetzt. Einmal Kettenspanner-Schraube. Aha. Bist du auch ein Spanner? Ein Riemenspanner. So, die Zündspule. Oh. Oh. Der müsste die Masse haben. Weil er pulverend ist, hat er wahrscheinlich keine Masse. Die andere Variante wäre hier ein Kabel zu ziehen. Hier auf dem Motor. Und eine Masse hat. So. Die Kette ist drin. Natürlich ein bisschen Schmütze hin. Ganz wichtig. Auch hier rein. Und natürlich beim Spanner. Zack. Abgehakt. In der Farbe-Combo. Kommt da jetzt das schöne Büchse hin. Und da rein hat es nachher, wie es immer, immer, immer braucht auf der Tour. Also es braucht es nicht immer, aber man sollte es immer dabei haben. Ein Kerzenstecker, eine Ersatzkerze und ein Lümpel. Und jetzt die Oberhau. Und jetzt die Oberhau. Ja eben. Ich komme mich gerade warm über. Ach, ich habe auch fast mal liegen da. Ah, ich habe nicht etwas. Was? Warte schnell. Bringen. Ah, ja das ist auch gut. Ja, rot, weiss und schwarz. Das ist ein tolles Tuch. Das ist ein tolles Tuch. Schippern brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den nämlich raus. Und legen den hier zwischen hinein. Einmal so, einmal so. Wunderbar. Jetzt hoffen wir nur, dass das hier Platz hat. Wow. Können wir das zu machen. Das ist eine schöne Sache. Da haben wir ja noch etwas Lustiges drin. Die Höhle machen. Das sind nämlich lustige Brüder. Komm, wir machen jetzt schnell ein Quartett miteinander. Wie das nehmen wir, das sind noch lustige Keiben. Die haben hier ein Quartett gemacht. Der Verwaltungsratpräsident. Das ist nämlich der Beat Schlatter. Das ist eine Aktienärseite. Dann die Nummer. Bauchumfang. Sehr geil. Bierkonsum pro Woche. Trinkfestigkeit von 0 bis 10. Und Körperlänge. Ich fange an. Also. Biokonsum pro Woche. Du sieg. Wie viel? 5,3 Liter. Fuck. 3,6 Liter. 8 in der Trinkfestigkeit. Der hat jetzt 10. Das ist ganz im Besoffenen. Bauchumfang. 93,5. Ha. 12. Oh, jetzt Trinkfestigkeit. 10. Ne, das 9. Das ist auch nicht schlecht. Was? Du musst mal hier oben lesen. Der Bernhard. Aktionär. Biotrinker und Pilot. Passt auch gut zusammen. Sehr geil. Ja schon. So. Dann können sie das hier wunderbar. Dann haben sie immer etwas zum Spielen und zum Lachen. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein typisches Beispiel für Custom. Von Hand kürzt quasi. Dann müssen wir hier die Dachoseite noch ein bisschen anpassen. Dann müssen wir nämlich die Kante ein bisschen brechen. Dann bringen wir dann nämlich die Dachoseite noch einen Seherring rein. Und sonst harzen die Dinger immer. Geht immer noch nicht hin. Dann hole ich mal ein wenig Benzinschlauch. Du, da ausser ist offen noch einer. Mal schauen, wer das ist. Ich gehe verschrecken. Und dreht weiter. Bist du nicht verschrocken? Ich treibe schon. Kunststoffscheibe. Zeig die Richtung. Jawohl. Freust du dich schon? Ja, wenn er dann läuft, dann... Der läuft schon. Du hast ja schon Vertrauen in deine... Du, aber den Luftfilter bringe ich dir. Das gibt es doch nicht. Das sieht jetzt natürlich wieder aus im Video, oder? Sag du... 25 Minuten. Ciao. Komplette Revision. Ja. Grosse Moment. Vielleicht noch schnell zum Tänkli. Da haben wir natürlich auch eine Revision gemacht. Aber nicht eine volle, weil der ist noch einwandfrei Top 2 gewesen. Dann hat der Cyril lediglich ausgeschliffen. Chemisch entrostet und phosphatiert. Also das ist auch schon ein mechanischer Rostschutz. Und der ist also blitzeblank. Jetzt bin ich gespannt. Trommelwirbel. Oh, Auspuff! Oh! Das ist ja herzige, So! Halt! Okay, überschneiden! Halt! Halt! Mach nochmal! Ja, ja. Das ist eindeutig. Jetzt bin ich komplett im falschen Ordnung. Halt! Ja. So, aber wahr? Ja. Ich habe einen gleichen Einfluss an. Diese verdammt Spulen. Gibt es im falschen Moment einen Impuls. Boah! Ja. Die Mosstäter saugen. Die Sidenfine hinten. Jetzt schauen wir mal, ob die nass ist. Aber wenn er so wie das jetzt tätzt... Ja, sie... Ja, sie ist schon nass. Oder die Vergaser zuerst nochmal weg. Oh! Hast du die gleiche Zahl wie ich? Hahaha! Ich meine, dann ist ja klar, oder? 36? Was? 36? Hahaha! 36er Dusen. Das ist noch eine Chance. Die Kanäle sind offen. Nein! Nicht schlecht! Das ist komisch. Aber er macht nicht einmal ein bisschen die Anstalt, oder? Kurbenwelle. Was kann es noch sein? Wirklich zu wenig Mosst. Irgendwie hat er schon wenig. Nein, nein. Es ist nass. Mal, mal. So ein Arschloch. Ich meinte, Mosst hat er, zündet er. Etwas kommt mir jetzt gleich in den Sinn. Der Deckkompressor. Aber das war ein Malossi oder ein Ding. Die schliessen nicht richtig ab. Dann kommt er nie. Läuft einfach nicht. Das habe ich mal mitbekommen. Das ist gerade das Einzige, was ich weiss für die Schau. Also beim vierten Mal sollte er dann schon laufen. Sonst habe ich dann langsam Zweifel, alles da. Das kommt. Also komm mal runter mit. Dann müssen wir den Kopf runter. Polierpasten und probieren. Und dann kann man schwarz anmalen. Ja, nochmal drehen. Und durchdrehen, oder? Ja, ja. Eindeutig. Da hat es ein ganzes Drittel. Sicher ein Viertel, das er nicht dreht. Geht eigentlich noch bis hierher. Und dann ist die Schwarzfarbe noch da. Das ist eine wahnsinnig unschöne Oberfläche. Ja, sieht feiner aus. Ja, sieht feiner aus. Aber die Kerbe hat es immer noch drin. Ja, jetzt hat es die Farbe wohl weggenommen. So ein wenig hin und her mit einem guten, leichten Druck. Ja. Jetzt dreht es auf mehr als die Halbfläche und rund um. Ja, lieber die Bierkiste. So. Dreht mal rein, du. Ja, jetzt kommt es auf den ersten Kick. Ich hoffe es doch. Yes. Oh, schon geht es. Heute ist es noch kalt, aber... Jetzt können wir nicht mal schnell ein wenig laufen. Ja, Marco, Gott, verdammt sie noch mal. Ja, manchmal geht es aber nicht auf den ersten. Ja. Reisen Sie. Gut. Hier habe ich angezogen. Vorne müssen wir noch. Hast du angezogen? Ja, habe ich. Ja, einer von beiden hat meistens schon. Jetzt schifft es gerade wie ein Satan. Aber wir können einen Beschleunigungstest machen. Hier rein. Wahnsinnige Beschleunigung. Dann sind wir wieder bei Marco. Ein Durchschnittstyp quasi von der Postur her. Und nachher machen wir sicher mal die Seitendeckel noch her. Hier rein. Hier rein. Ja. Punkt. Oh, oh. Hahaha. Fremsen wird er besser beschleunigt. Ja, gut. Ja, gut. Je länger es erläuft, um so besser fremst du halt. Ja, mal. Jawohl! Ja, verrückte Sache, du. So, jetzt kann man die überhaupt so... Oh, jetzt ist er wieder rausgekommen. Was ist hier falsch? Aha, der ist ja viel zu weit vorne. Das kann ja gar nicht. Da müsste ein Sondi weiter hinten sein, das Loch. Wie kann das sein? Ja, du. Da. Hm? Das müsste doch gerade sein, nicht? Das ist schon so, ja? Yes, Maria. Schalte die Kamera ab. Jetzt wird ihn gerade wieder wütig. Aber das ist nur Plastik. Verdammt. Ich halte schon gerne Sachs. Ruhig. Verdammt. So. Ich kann es. Warte. Hahahaha. Erster. Hehehe. Lecken wir am Arsch. Ist das ein Scheiss-Dreck? Lecken wir am Arsch und das stimmt sogar einigermassen mit dem Benzinhahn und alles. Nein. Gut. Ein unglaublicher Krampf für drei Schrauber in einem Seitenschutz. Unglaublich. Darum sind wir zu zweit in diesen Videos. Was das passt. Hier hat uns der Werkding, der Hänsel, wieder etwas Geiles gebastelt. Hier unten sehen wir, haben wir zwei Bügel und hinten ein Schloss. Hier vorne sind die zwei Ankerpunkte. Und hinten haben wir einen Schlitz gemacht für das Schloss Will. Jetzt kann man das hier nämlich seidefein drauflegen. Und vorne schieben. Und dann kann man das hier. Mit etwas Druck. Zack. Und jetzt ist das quasi gesichert. Und man kann das Töffchen an dem Ding auflaufen. Es ist der krönende Abschluss. Schön. Und auf das runter. Wir danken der Heurima Brauerei und besser wird es nicht mehr. Und jetzt kann man sagen, Tschau zusammen. Tschau zusammen. Zum Wohl.